Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Part von New Mario Super nicht alles immer vertauschen auf jeden Fall in HD und sogar in Farbe nicht in Schwarz-Weiß New Super Mario Bros. U Sandkuchenwüste 5 Steinsbike Staccato oder wie man das ausspricht keine Ahnung das klingt auf jeden Fall übel ja das hört sich nach viel rum und wir sind noch günzig was ist das diesen Gegner typ kenne ich gar nicht ja ich auch nicht auf jeden Fall sehen sie scheiße aus und sind scheiße und ich kann ihn nicht töten weil ich klein bin dann gehe ich einfach weiter ich mache mich mal groß ja ich sehe ich sag und ich sehe ich sag und wusste in der Mond wo ist in der Mond weiter links da links linken da die es mussten links sehen wenn du links ja Moment springt da ist der Mond Moment kein Problem nein kein Problem ah ja das sagst du jetzt so was 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 sagst du jetzt so okay der Scheiß zu bekommen in deinem Jugendlichen Leichtsinn ich glaube wenn wir die Pilze rauf gehen kommen wir an den ersten Mist ja genau ein Virus ja du bist ein Virus so jetzt 67 mit 69 fängt das Leben an ist klar mit 67 kriegen unsere Rente ja ich hoffe es nicht da ist ja ich brauchst du musst noch länger arbeiten war ein Schuss nicht das ist wahrscheinlich wenn sowieso arbeiten müssen bis wir 50 sind das ist ja dann können wir nicht mehr dachte ich immer nach oben okay springen so und warum hat er trotzdem sein Spike bekommen egal mach dich gut cool die Plattform war gerade hilfreich ja ich weiß sonst hätte ich sie nicht gesetzt pass auf die werden plötzlich klein ne Moment war da oben noch was ich denk schon ich hab so das Gefühl da war was Plattform spring platform zum so noch eine und noch eine boah das war knapp okay Anna ich hab nicht das auch nachdem okay gut dann gehen wir weiter in der Hoffnung noch alle ja ich schon ich meine Batman da oben das muss die zweite sein ja Von der Theorie her. Scheiße. Das ist falsch getaktet. Plattform. Plattform, verdammt. Ich brauche jetzt Plattformen, irgendwie. Ich hätte wohl eine Plattformen gebraucht. Mann. Spring. Vorhin, als ich da hoch wollte, da hätte ich eine Plattformen gebraucht. Warte mal. Was? Was, was? Geh wieder ein Stück zurück. Ja, ja, ja. Geh wieder ein Stück zurück. Spring, spring. Spring. Ja. Sprich, mach doch. Okay. Ah, okay. Stimmt. Ach so, sag doch, dass du deinen scheiß Powerstern haben willst. So, ich will hier jetzt mal diese Dreierkombi-Münzen immer haben. Nein! Ja, ich fall runter, wo setzt er seine Plattform hin? Nach oben in die Ecke. Nein. Ich hab die Typen gesehen. Ich hab's genau gesehen, wo du gewinnt hast. Nein, da oben waren die Typen, hast du gesehen? Ja, ich hab's, das hab ich auch gesehen. Von daher. Egal. Ist ja alles halbseitig. Das ist so groß und jetzt... Ach, komm, wir machen springen. Ach, ich glaub, das mit den Fails, da muss man nicht so... Spring. Spring. Spring auf sie. Spring auf sie. Ich hab Angst. Spring. Stirb. Spring. Ja, okay. Plattform. Boah. Plattform. Ja, warte, ich will noch Münzen. Und gut. Ja. Und spring. Und tot. Und spring. Und spring. Ach so, hier ist der Sinn, man soll eigentlich... Ben nutz meine Plattformen. Ja, setz die doch mal vernünftig. Ben nutz. Plattformen. Boah, ich hab tschüss. Nein, nein. Da ist er noch. Deine Level sind viel zu einfach. Versuch mal schwieriger. Aber wer sowas postet, kann ich so... Tick, 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 tick. So ein Messer. Warte, haben wir was tolles im Inventar? Ja, Sterne. Ja, ich will uns einfach mal einkommen. Und wehe, hier schreibt einer, ihr verschwendet Sterne. Ja, komm. So. So, jetzt hast du erstmal ein bisschen... Ich will erstmal ein bisschen groß werden. So, jetzt aber. Das nutze ich eigentlich echt nicht. Spring. Ist doch schon mal gut. Boah, warum wirkt der Stern immer nur so kurz? Weil es ein Stern ist. Nein! 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 Wo, wo läufst du denn hin? Ich wurde noch auf grün und dann hoch. Ja, da war der Mond da unten drunter. Aber den holen wir nicht, weil das zu schwierig ist. Äh, wie war es nochmal mit den Fails ab einer bestimmten Anzahl? Wollten wir es nicht mehr zeigen? Ach, das ist doch hier voll überbewertelt. Oh Gott, das wird wieder ein langer Part. Machen wir in diesem Part aber nichts mehr zusätzlich. Woran liegt das, dass das ein langer Part wird? Woran liegt das? Ja, an deinem scheiß Platforming. Ne, Quatsch. Spring, spring. Ja, ich hab noch alles unter Kontrolle. Aha, okay. So. So, jetzt müssen wir dich critical. Jetzt sitzt Haarig. Boah, kannst du dagegen nix machen? So, warte, warte. Ja, ja, ja. Was ist schon? Ist wieder und. Nuss? Da unten ist was. Da unten ist klar was. Klar ist da unten aus. Ja, natürlich ist da unten aus. Das ist doch gar nicht so schwer. Ich weiß. Da ist ja ein Po-Block. Jetzt kommen die Münzen runter. Warte. Warte. Ach du Scheiß. Plattform. Noch eine, noch eine. Mach doch mal. Danke. So, okay. So, den Po-Block dann machen, wenn die Plattformen gerade aufgehen unten, ja? Okay. Was siehst du? Ja, der Po-Block. Ach so. Scheiße. Der sollte dafür da sein, die Sternen-Münze runterzuholen. Oh. Schlauer Junge. Aber das haben wir gut gemacht, weil unten die Pilze die ganze Zeit irgendwo zugehen. Und nachher verkacken wir das mal. Berühr mal da den Block. Ach so. Wir können gerade nichts kriegen, glaube ich. Weißt du, irgendwie flug. Scheiße. Okay, jetzt aber. Jetzt, jetzt gehe ich mal gerade. Ich würde mal ganz zurück. Boah, machen wir es gegen die Viecher. Scheiße, ich komme nicht zurück. Hier ist kein Zurück mehr. Hier ist kein Zurück mehr. Scheiße. Wollen wir mal zurücklaufen über Pocah? Ja. Nee. Das ist zu aufwendig. Spring. Aber wir haben ja eh alles. Ja, eben. Boah. Okay, hat jetzt doch noch geklappt. Glückwunsch zum Abschluss dieses Levels. Möchtest du denn in Reimform? Ja, wir reimen jetzt. Okay. Die großen Steine gehen mir auf den Sack. Drum ringt sie alle um. Zack, zack. Das war der Reim zum Ende des Parts. Also bis dann. Und tschüss.